guten morgen meine liebe leute ich dachte mir heute zeige ich euch mal das bike wir haben bestes wetter im märz heute soll es 15 grad werden und ich dachte mir ich mache mich heute mal mit dem bike auf den weg zu meinen terminen sehr sehr nice und dann werde ich sicherlich gleich auch noch die zeit finden euch das bike einmal wirklich zu zeigen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Leute, das ist mein Bike, das ist eine 2020er Street Bob, also Harley Davidson Street Bob, so heißt das Modell, aus dem Jahr 2020 mit 107 Kubik Inch. Das ist so ungefähr ein 1,8 Liter Motor. Leider jetzt gerade nicht so sauber, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Ich muss die auf jeden Fall mal zum Aufbereiter schicken. Wenn jemand in Dortmund einen guten Motorradaufbereiter kennt, dann sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid. Das allererste, was ich gemacht habe an dem Bike sind die vorverlegten Fußrasten. Die sind normalerweise ungefähr, ich würde mal sagen, so hier. Ich habe die nach vorne verlegt. Das ist einfach ein bisschen komfortabler beim Fahren. Das war das Erste, was ich habe machen lassen. Das Zweite, was ich habe machen lassen, ist dieser Schild hier, weil dieser Schild ist für mich so der Inbegriff von diesem Club Style. Also Club Style heißt, du hast vorne ein Schild, meistens Bike immer komplett schwarz. Eigentlich hast du dann noch einen anderen Lenker, aber halt auch diese Sitzbank, da komme ich gleich nochmal zu, ist auch sehr, sehr häufig in diesem Club Style zu sehen. Also so ein bisschen wie diese Bikes von Sons of Anarchy, aber das ist halt jetzt eine modernere Version. Das sind so diese typischen Club Style Bikes. Und genau, also diesen Schild habe ich gemacht, das ist ein Quarter Faring Original Harley Davidson, eingetragen. Ich habe sowieso darauf geachtet, dass alles eingetragen ist, weil ich habe keinen Bock, dass die Bullen mir die Karre stilllegen und so. Deswegen habe ich echt darauf geachtet, dass alles safe eingetragen ist. Die Blinker habe ich, die waren orange hier vorne, die habe ich dunkel machen lassen. Die haben jetzt auch so eine Tagfahrlichtoption aktiviert, dass man mich tagsüber ein bisschen besser sieht. Scheinwerfer ist normal, Serie, genau hier Fußrasten hatte ich ja gerade schon. Die Tasche habe ich dazu gemacht, damit man mal so wenigstens so ein bisschen was mitnehmen kann. Dann war ursprünglich der Kennzeichenhalter mal hier. Und ich weiß nicht, mich hat das irgendwie gestört, dass man den Reifen gar nicht sieht, auch wenn das jetzt kein fetter Reifen ist. Deswegen habe ich den Kennzeichenhalter zur Seite machen lassen. Das sieht man auch super oft bei Harleys, dass der Kennzeichenhalter links ist. Lass mal eben die Tasche hier vernünftig machen, das sieht ja vollbehindert aus. Okay, hier guckt mal, das muss ich auf jeden Fall mal irgendwie aufbereiten lassen, weil das glänzt eigentlich normalerweise, also normalerweise glänzt das voll. Aber leider habe ich das Motorrad einmal sauber gemacht und mit einem Hochdruckstrahler und der Motor war noch nicht ganz abgekühlt. Und dann haben sich hier so Schlieren ergeben. Das ist nicht optimal, das kann man aber wegpolieren. Aber keinen Bock, das jetzt selber zu machen. Dann haben wir hier die Saddleman Sitzbank. Normalerweise ist da nur so eine einfache Sitzbank drauf. Ich gucke mal, ob ich noch ein Foto oder ein Video finde von der Maschine, wie ich sie original und neu erhalten habe. Wenn, dann schneide ich das jetzt hier rein. Das perfekte Wetter fürs Motorrad. Achtet mal auf die gelben Blinker, auf den Kennzeichenhalter. Die Auspuffanlage sah noch anders aus. Außerdem, das habe ich ganz vergessen, ihr seht an der Seite noch die ganzen Reflektoren. Der Schild ist nicht dran. Tasche nicht dran. Also ist schon einiges gemacht. Und natürlich die Sitzbank. Okay, also ihr habt dann wahrscheinlich gesehen, wie die Sitzbank original mal aussah. So eine einfache Sitzbank konnte man auch niemanden mitnehmen. Nichts hinten drauf machen. Und das Problem bei der ursprünglichen Sitzbank war, dass wenn du mal ein bisschen Gas gegeben hast oder bist auf Autobahnen gefahren, du immer das Gefühl hast, du wirst so hinten runter gedrückt. Weil die war so flach und die hatte einfach keinen Rückhalt so im Rücken. Und dann habe ich diese Saddleman Step-Up Sitzbank gekauft. Musste aus den USA importieren lassen. Ist auch nicht ganz so günstig. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ganz ehrlich, optisch bin ich mir gar nicht so sicher, was jetzt geiler ist. Ja, die andere Sitzbank war optisch auch echt nice. Die war auch eigentlich bequem. Aber was hier halt einfach geil ist, ist, dass man so ein bisschen Halt hat nach hinten. Ich glaube, wenn ich jetzt mal jemanden mitnehmen würde, das wäre auf jeden Fall auch deutlich bequemer als dieses... Ich hatte dieses kleine Sitzpolster da hinten drauf, was Harley Davidson bietet, was man für die Street Bob drauf machen kann. Das war nicht so geil. Auf jeden Fall, Step-Up Seat war auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich habe dann nachträglich hier noch die Fußrasten anbringen lassen, falls man mal jemanden mitnehmen möchte. Dann haben wir hier so Befestigungen. Hier könnte ich noch eine Sissy Bar dran machen. Ich fahre aber meistens ohne. Und hinten hatten wir ursprünglich so Blinker wie vorne. Also so diese ziemlich dicken Bullet-Blinker mit den orangenen Lichtern. Das fand ich nicht cool. Das sah auch vor allem in den USA, sind die ja dann rot. Das fand ich geiler als dieses Orange in Deutschland, weißt du. Aber ich habe dann mich dazu entschieden, so kleine Blinker zu nehmen. Lass mal die Maschine anmachen, dass wir mal das Licht so sehen. Ich blinke mal, gucken, ob man... Genau, da sieht man das, ne? Die sind schon herbe hell, auch tagsüber, durch LED-Technik. Die sind halt super klein, aber trotzdem kann man es extrem gut sehen. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das Heck sieht dadurch auf jeden Fall nochmal deutlich cleaner aus. Was sind das überhaupt für welche? Ich weiß gar nicht mehr, von wem die sind. Also von welchem Hersteller diese Blinker sind. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, kann ich es für euch nochmal nachforschen. Dann werde ich euch das persönlich schreiben, wenn ihr euch bei mir meldet. Und eine der wichtigsten Sachen natürlich ist die Auspuffanlage. Das ist ja so, dass wenn du heutzutage eine Harley-Davidson kaufst, kommen die immer sehr, sehr leise aus dem Werk. Also irgendwie so dieser typische... Kann man sich drüber streiten? Jetzt geht es bestimmt ab gleich in den Kommentaren. Kann man sich drüber streiten, ob das vernünftig ist oder nicht. Auf jeden Fall, der Sound Factory-mäßig gefiel mir wirklich nicht. Vor allen Dingen, als ich mit den anderen Harleys dann unterwegs war und meine klangen wie so ein Staubsauger. Boah, das Feeling kam einfach nicht auf. Also habe ich mich dazu entschieden. Eine Jacqueline Hyde Klappenauspuffanlage einzubauen. Und die seht ihr jetzt hier. Ich habe mich für... Man kann sich dann quasi auch so ein bisschen zusammenstellen. Also hier so zum Beispiel die Endstücke. Ob man mit dem Krümmer... Ob man dann auch neuen Krümmer dazu haben möchte. Ich habe den Krümmer aus der Serie beibehalten. Und habe quasi nur die Endstücke mir installieren lassen. Weil das für mich auf jeden Fall reicht. Ich wollte auch nicht, dass der Auspuffzug... Der wäre dann noch kürzer geworden. Ich wollte das nicht. Also das gefällt mir so mit am besten. Auch mit diesen Endstücken. Und ich habe halt die Möglichkeit, den Sound des Motorrads zu beeinflussen. Im ersten Vlog bin ich ja an so einem Kinderwagen vorbeigefahren. Also nicht so einem Kinderwagen. Also jemand so, der hat sein Kind oder einen Hund oder so hinten im Anhänger beim Fahrrad mit sich geführt. Und da habe ich dann die Möglichkeit zum Beispiel, wenn ich in so einem Fall jetzt an so einem Kinderanhänger vorbeifahre, die Maschine leise zu schalten. Geht also quasi hier hinten im Auspuff ist so eine Klappe drin. Oh, guck mal, ob man die sehen kann. Ja genau, da ist so eine Klappe drin. Und die geht dann zu. Dann ist das Bike leise. Und ich kann die Klappe halt mit diesem Schalter wieder öffnen. Ich kann euch das gleich mal präsentieren. Was das für ein Unterschied im Sound ist. Ich hoffe, das hört man dann auch. Genau. Okay. Also ihr seht jetzt... Der Auspuff. Ich hoffe, ihr seht das. Die Klappe ist zu. Vom Sound ist es relativ... Ja, relativ human. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, also Soundcheck 1, geschlossene Klappe. Jetzt drücke ich den Knopf. Ihr merkt hoffentlich, wie der Sound sich verändert. Guckt nochmal rein. Die Klappe ist jetzt auf. Und wenn ich jetzt Gas gebe, fliegt hinten schon der Staub weg. Tschüss, Staub. Wiedersehen. Das ist ein komplett anderer Sound. Also es ist ein komplett anderes Bike. Dadurch. Und für mich macht der Sound auch ganz besonders dieses Harley-Davidson-Feeling aus. Ihr dürft mich jetzt kurz beleidigen. Also alle so diese Bündnis 90 Grünen Leute, ihr dürft mich jetzt beleidigen, okay? Ja, das ist einsten. Das ist das heißt, der Zahnbauer. Das sind die Jungschuße. Und hier ist ja klar. Und hier ist ja hier. Das ist ja hier. Und hier ist ja hier. Oder wie kann man das Ding aus? Das ist ja hier. Das ist das sehr. Das ist ja hier. Und hier 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 ist ja hier. Bis zum nächsten Mal.